Schon klar, jeder war mal jung. Aber es gibt Leute, bei denen man sich das nicht so richtig vorstellen kann. Zum Beispiel die deutsche Bundeskanzlerin. Doch auch Angela Merkel hat ein Leben vor der Zeit mit Blazer und Merkel-Raute. Dieses Foto zeigt die 1954 geborene Pfarrerstochter bei einer Mathe-Olympiade im Jahr 1971. Damals hieß sie noch Angela Dorothea Kasner. Zwei Jahre später fuhr die frischgebackene Abiturientin mit Freunden zum Camping ins brandenburgische Himmel fort. Danach begann sie ihr Physikstudium. In Berlin lernte sie ihren heutigen Ehemann Joachim Sauer kennen. Nach der Wende machte Bundeskanzler Helmut Kohl Merkel überraschend zur Ministerin. Aus Kohls Mädchen wurde die CDU-Parteivorsitzende und schließlich die deutsche Bundeskanzlerin. Aus Kanzlerin. 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 Aus Kanz